Laut aller neuesten Expertenschätzungen haben ca. 87% aller autistischen Menschen mehr oder weniger große Probleme mit ihrer Grob- oder Feinmotorik. Und das kann sich in den unterschiedlichsten Symptomen zeigen. Dass autistische Menschen z.B. Schwierigkeiten haben mit ihrer Handschrift. Dass autistische Menschen eventuell ein sehr auffälliges und auf andere ungelenk wirkendes Gangbild aufweisen. Dass autistische Menschen schlecht sind im Schulsport. Dass sie den Ball beim Fußball nicht treffen oder den Ball beim Handball nicht fangen oder werfen können. Dass autistische Menschen eventuell Schwierigkeiten haben, ihre linke oder rechte Körperhälfte zu koordinieren oder es nicht schaffen, auf Bäume oder Klettergerüste zu klettern, wie es die anderen Kinder im Kindergarten oder Kinderhort vormachen. Ja, das alles sind typische Symptome der Grob- oder Feinmotorischen Probleme von autistischen Menschen. Die mit Sicherheit nahezu allen Leuten, die selbst eine Autismusdiagnose haben und dieses Video schauen, bekannt vorkommen. Aber damit ist es natürlich noch nicht vorbei. Diese grob- oder feinmotorischen Schwierigkeiten, die man in der Literatur nachlesen kann, führen vor allen Dingen zu eins. Einem sehr, sehr schlechten Körpergefühl der betroffenen Autisten. Und dieses Körpergefühl drückt sich in aller Regel so aus, dass autistische Menschen nicht das Gefühl haben, ihr eigener Körper zu sein, sondern vielmehr ihren Körper zu bewohnen. In ihrem Körper als Geist hin und her zu manövrieren, wie in einem Auto oder einen Roboter, den sie steuern würden. Das ist eine Erfahrung, die sie extrem von sich selber trennt. Das ist eine Erfahrung, das ist ein Gefühl, das ihnen den Eindruck vermittelt, sie seien vielleicht sogar eingesperrt in ihrem eigenen Körper. Dazu kommt natürlich noch, dass autistische Menschen häufig auch eine sehr negative Einstellung gegenüber ihrem eigenen Fleisch und Blut aufweisen. Nichts, was man hegen und pflegen sollte. Nichts, das man lieben und annehmen müsste. Nein, autistische Menschen betrachten ihren Körper häufig als eine Art notwendiges Übel. Etwas, das man eventuell Züchtigen in den Griff bekommen müsste. Das man eventuell sogar bekämpfen müsste. Das hat natürlich mit den vielen negativen Erfahrungen zu tun, die autistische Menschen schon im Kindergarten oder in der Schule zum Beispiel gesammelt haben, wenn sie aufgrund ihrer grob- oder feinmotorischen Schwierigkeiten von anderen im Schulsport ausgelacht und ausgegrenzt wurden. Aus diesem Grund haben es Autisten häufig sehr, sehr schwer, sich und ihren eigenen Körper liebend und wohlwollend zu begegnen. In der Folge geben sie auch häufig wenig Acht auf sich und ihren eigenen Körper. Sie haben zum Beispiel Schmerzen, ignorieren diese aber. Sie fühlen sich schlecht, haben eine zu niedrige oder zu hohe Muskelspannung und es ist ihnen schlicht und ergreifend egal. In der Folge haben sie immer größere körperliche Probleme, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen und viele weitere Folgeerkrankungen. Das ist natürlich alles nicht schön. Man sollte sich überlegen, ob man eventuell etwas gegen die körperlichen Probleme und die schlechte Beziehung vor allen Dingen zum eigenen Körper tun sollte. Manche Autisten haben große Fortschritte, was ihre Grob- und Feinmotorik anbelangt, gemacht, indem sie zum Beispiel mit Kampfsport angefangen haben oder mit Fitnesstraining oder Yoga. Andere Autisten haben angefangen zu meditieren, um eine bessere Verschmelzung, ein besseres Gefühl, eine bessere Einswerdung mit ihrem eigenen Körper zu erreichen. Und eben nicht länger das Gefühl zu haben, schlicht und ergreifend in einem bloßen Vehikel in der Welt unterwegs zu sein, sondern endlich einmal ein Gespür dafür zu erhalten, wirklich auch der eigene Körper zu sein. Mir persönlich hat es am meisten gebracht, den eigenen Körper allerdings nicht mehr als Feind zu betrachten. Wenn man aufhört, den eigenen Körper als Feind zu betrachten, dann lösen sich viele weitere Probleme. Man bekommt nicht nur ein besseres Körper und somit Selbstgefühl, sondern man kann eventuell auch endlich einmal auf den eigenen Körper hören, der einem in Form von Schmerzen schon seit vielen, vielen Jahren in Häkchen etwas sagen möchte. Nämlich, dass man ihn vielleicht viel zu unachtsam behandelt. Ja, und in der Folge habe ich es auch geschafft, ein besseres Gangbild zu entwickeln, weniger verkrampft zu stehen, mich weniger verkrampft zu bewegen. Ja, das Thema Autismus und grob- bzw. feinmotorische Schwierigkeiten und in der Folge auch ein schlechtes Körper- und Selbstgefühl ist natürlich mit diesem Video rein theoretisch noch lange nicht ausgeschöpft. Es gibt viele weitere Aspekte, viele weitere Facetten und Symptome, die wir hier aufzählen könnten. Jetzt bin ich allerdings erstmal gespannt, was ihr da draußen, die dieses Video schaut, zu dem sagt und in die Kommentare schreibt, was ich euch hier präsentiert habe. Sagt ihr, ja das stimmt, genau damit kann ich mich identifizieren. Vor allen Dingen das Sinnbild, das von dem Herrn im Video gebracht wurde, dass ich mich eher wie ein Bewohner meines Körpers fühle und viel weniger als mein Körper selbst. Davon habe ich mich abgeholt gefühlt. Oder sagt ihr, nö, ich gehöre zu den glücklichen 13%, die eigentlich gar keine Schwierigkeiten haben im Hinblick auf das eigene Körpergefühl und die Motorik. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ja, falls euch solche Videos und solche Themenaufbereitungen im Bereich Autismus interessieren, abonniert natürlich auch gerne diesen YouTube-Kanal. Jede Woche gibt es mindestens ein neues Video zum Thema Autismus. Ja und wenn ihr mich um dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder ganz bis zum Ende mit dabei geblieben seid, haltet die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Mal.